Servus, da bin ich wieder. So, wir werden uns auch noch drüben schnell die Ballen sammeln und dann wir haben hier mit unserem Größenfeld angefangen. So. Den wir mal anschalten. Schau, ist der Schlauch gut eigentlich drin? Eigentlich schön, ne? Ja, aber dann ist es noch 48. Gut. So, nehme ich mal die Ballen hier drüben sammeln. Da habe ich nämlich abgelöst und habe hierfür eine neue Öfträge dafür, wie ich es gehofft habe. So, dann machen wir mal an das Ding. Oh, es ist ganz praktisch mit dem, was ich mir eingefallen ist. In zweien Länge und hinten dran zu machen. Oh, hier die Sturm erinnerung. Bei den Größenfeldern, die ich hier habe. Gut, es ist jetzt riesengespannter. Mit Rückwärtsfahren wird da jetzt nichts mehr. Und das muss ja auch nicht. Ich kann mit dem bloß vorwärts fahren. Weil Rückwärtsfahren funktioniert nicht mehr. Wann mit zwei Hängern rückwärtsfahren ist nie möglich. Wer das hinkriegt, der kann mir gar nicht mehr sagen, wie... Ich glaube selbst in Möglichkeit ist das nicht möglich. Ich bin gespannt, rückwärts zu fahren. So, Hölz müssen wir auch demnächst wieder machen. Jetzt geht es noch ein bisschen leicht mit dem Rückwärtsfahren. Oh, das ist denn auch sehr gut. So, jetzt kommt zum Teil vor. Wenn ich mal um 20 Uhr versuche, gerne vor ich mich, habe ich nicht mehr tat. Oh, glaub ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß nicht. Das haben wir doch noch erwischt, Mensch. Das kann ich nicht mehr machen, aber es geht wirklich nicht. Oh, das kann ich bestimmt nicht mehr machen. Das wird nicht beendet. Nein, das wird nicht beendet. Stimmt, das ist ja immer noch das Problem hier, dass es nur Stückchenweise düngt. Jetzt müssen wir noch ein kleines Lütschicken. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das jetzt in unserer Produktion nichts zu verkaufen steht. Irgendwas haben sich ja geändert. Es war irgendeiner von den Updates bestimmt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt zu tun hat. Was doch irgendwann mal erscheint. Haben wir nicht. Jüber. Halt. Und jetzt. Ich hab noch das recht. Ich hab noch ein Feld. So, war noch mehr zum dümmen eigentlich? Oder war das nicht alles? Müssen wir mal bluten. Weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. So, jetzt ist es noch nicht mehr. So, die 27 ist fertig. Machen wir die 13 noch zum dümmen. Alles andere ist Coburn. Gibt es was Neues? Nein. Gut, also die 13 noch. So, genau. Mal gucken, was man da hier sieht. Frau Brawach. 48000. Und herstellen tue ich schon noch zu einstellen. Schnitzel auch. Und wir brauchen denn den Haufen Abschnitzel? Ach so, ja in der... Stimmt. Gut. Halt. Halt. Pro Neunat ist das. Neunat 300.000 Liter. Oh, eins. Na gut. Oh, da ist noch alles voll hier. So. Das soll ja stimmt denn. Ich habe ja überall immer noch alles lagern. Das müssen wir schon einmal ändern. Einloggen. 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 Was ist das? dass die Reaktion des Lebens schwimmt. ... 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 13 13 D13 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 Flug Wann machen wir? Spritzen Töne D13 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 D16 D16 D15 D15 D16 D16 Gut, dann leid mal los. Ok, dann leid mal los. Das wird auf der Kurde eh nicht so geschehen, was wir haben hier mit dem... Oh ne, wir haben es jetzt mit drei vier. Ach, wir hören uns auf jeden Fall ein Wald. Wir brauchen nämlich Holz. Na geht, gucken wir dann später mal. Ja, das war direkt am Sägewerk. Ach, da gehört das Sägewerk halt immer nicht mehr. Das Gassen. Und noch 68000. Könnte man sich eigentlich überlegen? 19,63. Was kostet das denn hier? Ah, hier steht das gleiche. Kost plus 38000. Hatte ich irgendwas vor, was anderes zu kaufen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall einen Wald. So, müsste jetzt meine sein. Okay, da. Okay, da. So, was in hier? Okay. Okay, das ist ja jetzt. Okay, das ist ja jetzt. Okay. Okay. Dann hat das, aber das auch. Okay. Ich habe es schon ein bisschen kreis. Okay. Ich war's. Watt ich habe es. Okay. Ich habe es. Ich hab's in hier. dann muss ich ja noch alles wegkriegen ich hoffe ich muss mit einer vorweg kriegen blockiert Da wurde der schon wieder blöckiert. Du näherst. Was hast du denn jetzt schon wieder? Wo stehst du denn du rum? Wo stehst denn du? Hey, wo steht denn der oben? Wo wolltest denn du langfahren? Wann willst du mal verarbeiten? Wo du langfahren wolltest? Ah. Das vergessen. Logisch. Kannst du nicht. Okay. Ich würde es aufdrücken. Das kann natürlich nie funktionieren. Wenn ich das nie ändere. Jetzt müsste es aber klappen. Oder? Hm. Vergesst dich umzuschalten. Ich bin schon gefreut, dass er schon da ist. Jetzt müssen wir den Stand mal ein bisschen Holz machen. Dann, was ich vorher überlegen bin. Dann, was ich vorher überlegen bin. Wie viel mehr produziert werden kann. Wie viel mehr produziert werden kann. Und wie viel mehr produziert werden kann. Kommt! Jetzt kann ich es nur noch einmal drücken. Das muss doch nicht mit einmal weg her. Jetzt sind sie delten nervig. Der ist doch schon fast voll. Dreieckern noch drauf. Na gut, ich muss doch nicht gehen. So, der müsste noch drauf gehen. So, es müsste halt eigentlich voll sein. Genau. Na gut, kriegen wir sie doch nicht ganz weg. Okay, kommt vor. Passiert. Hier kriege ich die Straf 48, 8, 8, 8, 6, 9, sind das über 100 Ballen. Na gut, gucken wir mal. Auf jeden Fall, wenn das Stroh irgendwann die guten Preise hat, ordentlich NCR zu verordern. Ja. Und hoffentlich lösen sich so nicht. Und durch die zwei Hängungen, da steht das jetzt natürlich noch ein bisschen nah aneinander. noch alles. Okay, jetzt muss man es durch. auf jeden Fall. Ja. 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 Und dann haben wir uns in den Drescher-Schwing, in unserer riesen Felderneuer, damit ich endlich meine Whisky-Fabrik anschalten kann. So ist es ein bisschen fein? Wir haben eine Reihe mehr. Ah, okay. Ist es halt so. So. Uh, unsere Hängungen fassen mich überwinden. Gut. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14. Was sagt man? 96. 110er. 110 Ballen genau. So. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. 110 Ballen. Oh, du weißt, ich müsste dann beim Verkauf eigentlich noch einen Hänger mehr dran machen. Und deswegen sehe ich das dann gar nicht mehr. Ah. So. So. Gut. Jetzt gleich erstellen wir dann. Wir haben noch einen Hänger inzwischen. Fast 6 Millionen. 5 Millionen. 964.000. So. Nicht schlecht! In dem Lager hier Blitz, ne? Ich habe ja nie blessings als eine Lager. Ich habe ja noch irgendwo ... Ich habe die Wolle eingestellt. Wo stehen die in die Woll? Die Lager? Also hier steht eins? Steigen auch eins. Steigen auch eins? Dann stehen. Steigen. Und das hat noch so ein bisschen gold. Abstand. hier habe ich noch eins hier 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 das müsste es gewesen sein ich glaube mehr hatte ich nicht hier hier ordnen so dann werden wir hier mit hier mit reichen hier 20 Ich habe den Scheißversatz drinnen, hier müssen wir ja auch noch alles nehmen. Ich habe den Scheißversatz drinnen, ich habe den Scheißversatz drinnen. Ich habe den Scheißversatz drinnen. und dann kann ich nur stehen gut gut beendet naja, ist die nicht was teuer sind, bitte nochmal, danke das kann machen. So, das kann alles tun die Mischung. Kein Zugang zu diesem Land ist klar. Der LTV muss ja noch angeschaltet werden. Was haben wir jetzt hier? Feld 1 oder Feld 2? Eigentlich ist es egal. So, was er noch Feld ist. Und so... ... 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 Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Und hier. Und hier. Genau. Gut. Dann verschieben es. Feld 1. So. Und los. So. Gut. So, ich würde sagen, ich werde das Feld lösen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.